Vor kurzem haben wir in einem Video über das Ende der Comdirect als eigenständige Marke und die restliche Übernahme durch die Commerzbank berichtet. Viele haben dort ein Depot oder Konto und in den Kommentaren unter dem Video ging es dementsprechend heiß her. Und meist ging es dabei um eventuelle Preiserhöhung und Gebühren. Aus diesem Grund haben wir uns mal die Commerzbank genauer angeschaut und wollten herausfinden, wie dort die Entwicklung der Preise so stattfindet und wie die Zukunftspläne dort wohl aussehen. Also, los geht's! Herzlich willkommen auf unserem Kanal, mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es um die Commerzbank, mit der viele von uns ja in Zukunft mehr zu tun haben werden, als eigentlich gewollt. Denn wer vorher bei der Comdirect war, wird nun durch die Übernahme früher oder später nicht mehr an der Commerzbank vorbeikommen. Da es momentan von der Commerzbankseite aus zwar noch heißt, dass sich kurzfristig für uns Comdirect-Kunden gar nicht viel ändern soll, vermuten dennoch viele, dass mittelfristig die sehr kostengünstigen Angebote der Comdirect nicht überleben werden und man die Gebühren und Preise eher in Richtung Commerzbank anheben wird. Doch was bedeutet das überhaupt? Hat die Commerzbank überhaupt so hohe Preise oder kann man das Ganze viel entspannter sehen als bisher gedacht? Wir haben uns die aktuellen Werte dort genauer angeschaut und auch mal geguckt, in welche Richtung sich denn die Commerzbank überhaupt so entwickelt. Bevor wir nun zu den Gebührenstrukturen von der Commerzbank kommen, schauen wir uns zwei aktuelle Meldungen an, die die Veränderung dort im Konzern absolut widerspiegeln. Denn sowohl der Aufsichtsrat-Vorsitzende als auch der Vorstandsvorsitzende haben ihren Rücktritt angekündigt und es sind Pläne bekannt geworden, nach denen wohl rund 10.000 Stellen abgebaut und mehrere hundert Filialen der bislang 1.000 Filialen geschlossen werden sollen. Der Wandel wird dort also Einzug halten. Kommen wir nun aber zu den Gebühren, denn sehr viele von euch und auch wir sind wahrscheinlich Kunde bei der Comdirect geworden, weil es dort ein kostenloses Girokonto gab mit damals noch toller Neukundenprämie und gleichzeitig auch ein sehr benutzerfreundliches und kostengünstiges Depot mit großer Auswahl. Fangen wir mal mit den Gebühren in diesen beiden Bereichen an. Bei der Recherche wurden wir leider gleich am Anfang etwas verwirrt von den unterschiedlichen Angaben der Commerzbank. So ist auf der Internetseite von einem kostenlosen Girokonto ohne Mindestgeldeingang die Rede. Während gleichzeitig im gültigen Preisverzeichnis der Commerzbank von einem Geldeingang von mindestens 1.200 Euro monatlich die Rede ist und sonst 9,90 Euro monatlich anfallen soll. Laut anderen Quellen soll aber wohl tatsächlich kein Mindestgeldeingang vorgeschrieben sein. Trotzdem absolut ärgerlich, dass es noch falsch im Preisverzeichnis als auch im offiziellen Preisaushang steht. Dies sollten Sie dort schnell ändern. Neben der kostenlosen Variante, die schon eine Girokarte und bei guter Bonität sogar eine Mastercard beinhaltet, gibt es aber wie üblich bei Filialbanken auch zwei weitere kostenpflichtige Modelle, die dann einen erweiterten Umfang haben. Wie beispielsweise im Premium-Modell für 12,90 Euro monatlich mehrere echte Kreditkarten, Apple und Google Pay und auch ein Versicherungspaket. Ob man das dann braucht, muss natürlich jeder selbst entscheiden. Doch wie sieht es mit den Gebühren bei den Depots der Commerzbank aus? Positiv ist schon mal, dass das Depot dort auch ebenfalls kostenlos ist, zumindest wenn man einen Kauf oder Verkauf im Quartal ausführt, was man also hinbekommen sollte. Ansonsten fallen 0,175% des Depotsguthabens oder mindestens 4,95 Euro pro Quartal an. Fonds und ETF-Sparpläne sind bereits ab 25 Euro monatlich abschließbar und zusätzlich im Rahmen einer aktuellen Aktion für drei Jahre ohne Ausgabeaufschlag und Kaufgebühren möglich. Sonst werden dafür nämlich auch gern mal 0,25% des Kaufwertes plus 2,50 Euro erhoben, was in einem Sparplan eigentlich recht teuer ist. Was uns wirklich verwundert hat, dass nach der Berechnung der Commerzbank diese beim normalen Erwerb von Aktien über Xektra sogar günstiger ist als viele Konkurrenten und jetzt kommt's sogar als Comdirect? Das hätten wohl die wenigsten erwartet und auch wir waren tatsächlich echt erstaunt darüber. Es besteht also schon Hoffnung, dass die Gebühren und Preise insgesamt auch eher auf Comdirect-Niveau bleiben könnten in der Zukunft. Also, zumindest jetzt kein Grund zur Panik, für uns Comdirect-Kunden. Sollte sich etwas verändern, geben wir euch natürlich gern Bescheid, aber uns war es mal wichtig, neben den vielen Gerüchten und Emotionen beim Ganzen auch mal wirklich konkret in die Gebühren zu schauen. Hoffen wir also weiter, das Beste für uns alle und außerdem kann diese Übernahme ja auch mal ein Grund sein, sowieso seine bestehenden Konditionen mal mit anderen Anbietern zu vergleichen, denn es hat sich viel im Markt getan, insbesondere was die Gebühren angeht. Da kann man mittlerweile ordentlich Geld sparen. Für einen ersten Überblick dazu schaue dir am besten mal unseren aktuellen Depotvergleich 2020 hier auf YouTube oder auf unserer Homepage an, beides verlinken wir dir natürlich gern. Wer außerdem mehr Videos von uns rund um die Themen Steuern, Versicherung und Finanzen haben möchte, der abonniert am besten unseren Kanal. Ansonsten freuen wir uns auf das nächste Video mit dir, dein Finanznerd Simon. Untertitelung des ZDF, 2020